Hi! Ich glaube, jeder will wissen, wie das Vorhängeschloss funktioniert. Und so eine durchsichtige Variante wird uns helfen, sein Arbeitsprinzip zu verstehen. Da ist sogar Werkzeug dabei. Dieses Teil kann sehr nützlich für deinen Schrank sein. Man muss eine Schraube auf dem Scharnier aufmachen und schrauben es wieder zusammen mit dem Teil, so dass beim Schließen diese spezielle Taste gedrückt wird. Wir legen die Batterie ein und es ist fertig. Jetzt, wenn du den Schrank öffnest, wird die Beleuchtung eingeschaltet und beim Schließen wird das Licht von alleine ausgehen. Wenn man mit Schraubendreher arbeitet, will das die Schrauben daran halten. Aber wenn das nicht passiert, wird uns diese Wunderwürfel helfen. Seht ihr, jetzt werden die Schrauben nicht angezogen. Wir machen ein paar Bewegungen durch das untere Öffnungs- und... Es ist eine Magie! Sie halten am Schraubendreher. Wenn du diesen Effekt nicht mehr brauchst, dann tu den Schraubendreher in das obere Loch. Da drin liegt ein sehr cooles Zeug. Sieht aus wie eine kleine Kamera. Man steckt es ins Smartphone und verwandelt es in eine Wärmbildekamera, die warme und kalte Objekte in verschiedenen Farben anzeigt. Das ist mein Hahn. Ich lege es auf den Tisch, dann tu es weg und wir sehen auf dem Tisch einen Abdruck von Wärme vor der Hand. Und das ist ein kleines, warmblütiges Tier. Wir sehen, dass der heißeste Teil die Schnauze ist. Aber die Nase ist trotzdem kalt. Da ist ein Mensch in Socken, der thermische Spuren hinterlässt. Das Gerät ist sehr teuer, aber auch kann sehr nützlich sein. Zum Beispiel kann es Wärmeverluste im Haus erkennen oder die Heizungsrohre in der Wand sehen. Diese Pflanze ist eine verwelchte Jericho-Rose. Es scheint, dass sie tot ist. Aber wenn man sie ins Wasser legt, erwacht die Pflanze zum Leben. Und wenn es kein Wasser mehr gibt, wird es wieder zu einem Ball. Weißt du, warum diese Frau so glücklich ist? Richtig, weil sie wie wir so eine Handmähmaschine hat. Klein, aber fein. Lass uns die Maschine testen. Drücken die Taste und legen los. Sieht sehr gut aus. Mit dieser Maschine zerrissene Socken sind kein Problem mehr für dich. Normie zum noch Lol. Hast du aufgenommenYO? Mit dieser Maschine itself brorst naturally. Push Duck Sch 이거 weiter. Die Nasannonce ist Langsum aus. Du bist gar nicht mehr an. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Vielen Dank.